Screenshots gehören mittlerweile zu unserem Alltag. Leider hat das Snipping-Tool von Windows nicht das gekonnt, was man sich gewünscht hätte von einem Screenshot-Tool. Die Konsequenz war, dass viele Nutzer, inklusive mir, Alternativen installiert haben. Es gibt kostenlose Software wie zum Beispiel Screenshot oder ShareX, die Screenshots machen können und auch einen brauchbaren Editor mitliefern. Das hat sich jetzt bei mir aber geändert. Und wie man mit Standard-Software bzw. mit vorinstallierter Software bei Windows 11 Screenshot machen und auch editieren kann, das zeige ich euch nach dem Intro. Erstmal vorab, welche Anforderungen sollte man an eine Screenshot-Software stellen? Zumindest sind das meine Anforderungen, die können natürlich individuell unterschiedlich sein, aber ich erzähle euch mal, was ich für sinnvoll halte. Wenn ich einen Screenshot mache, möchte ich eine Taste drücken und möchte dann einen Rahmen ziehen können, was ich screenshotten möchte. Wenn der Screenshot dann aufgenommen wurde, dann hätte ich gerne, dass die Bilddatei auf meiner Festplatte gespeichert wird, ohne Nachfrage mit einer automatischen Benennung der Datei. Und gleichzeitig möchte ich diese Datei in die Zwischenablage kopiert haben. Das Kopieren in die Zwischenablage stellt sicher, dass ich die Datei sofort verschicken kann. Und das Sichern auf der Festplatte stellt auch sicher, dass wenn die Zwischenablage dann einmal überschrieben wird, ich immer noch Zugriff auf diesen Screenshot habe. Zusätzlich kann ich eine Datei, die auf meiner Festplatte abliegt, ja auch in mein Backup einbeziehen und stelle auch so sicher, dass die Beweise sozusagen gesichert sind, dass ich diesen Screenshot auch wiederherstellen kann. Aber das reicht mir jetzt auch noch nicht für ein Screenshot-Programm, sondern ich habe vielleicht Sachen auf dem Screenshot, die ich editieren möchte. Weil zum Beispiel da irgendwie meine E-Mail-Adresse steht, die nicht jeder sehen soll oder weil ich einen Pfeil irgendwo drauf malen will. Also brauche ich eine rudimentäre Software zum Editieren des Screenshots. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Was habe ich die ganze Zeit benutzt und was werde ich jetzt benutzen? Die ganze Zeit habe ich eigentlich erstmal Screenshot benutzt und da sieht man, dass die letzte stabile Version von 2017 ist. Wenn man sich die Versionshistorie anschaut, dann findet man noch Unstable-Versionen von 2022. Aber so richtig entwickelt wird, das Teil scheinbar auch nicht mehr. Anders sieht es mit ShareX aus. Auch das ist ein Screenshot-Programm. Allerdings hat das so ein bisschen das Problem, dass es halt mehr dafür gedacht ist, diese Dateien zu teilen und man muss das erstmal abgewöhnen. Zum Beispiel kann es da relativ schnell mit ein paar versehentlichen Klicks passieren oder auch in der Standard-Konfiguration, dass der Screenshot direkt ins Internet hochgeladen wird. Und naja, das will ich ja nicht von jedem Screenshot haben, vor allem nicht, wenn ich ihn vorher noch nicht bearbeitet habe oder so. Also ist mir tatsächlich schon passiert. Man muss da ziemlich viel einstellen, damit das nicht so einfach passiert. Trotzdem, das Tool ist ziemlich mächtig, hat einen sehr guten Editor dabei und ich kann das so konfigurieren, dass es dann am Ende genau das macht, was ich von ihm erwarte. Allerdings haben ShareX und Screenshot natürlich das Problem, dass es Software, die ich nachinstallieren muss und die ich im Zweifel auch aktuell halten muss. Schöner wäre es natürlich, wenn Windows 11 mir da eine direkte Lösung bietet und das tut es tatsächlich auch. So, ich gehe einmal in den Microsoft Store. Ich finde es ein bisschen witzig, wie die das dann immer nennen, wenn sie es übersetzen. Das Ding heißt, glaube ich, nicht Snipping Tool, sondern Ausschneiden und Skizzieren oder sowas. Ich suche trotzdem mal nach Snipping und hier finde ich dann das Programm Ausschneiden und Skizzieren. Das sollte wahrscheinlich bei euch auch schon vorinstalliert sein. Hier kann man jetzt das Programm einmal öffnen und ich kann mir die Versionsnummer einmal anschauen. Hier steht auch Aktualisieren, das suggeriert, dass es eine neuere Version gibt. Wir schauen mal. Ich glaube, es gibt keine neuere, aber wir gucken mal. Also das ist jetzt meine Versionsnummer mit der 5.4.0 hinten. Ich klicke auch einmal auf Aktualisieren und während der sich da herunterlädt, schauen wir uns mal die Windows-Einstellungen an. Wenn ihr jetzt das Snipping Tool nach diesem Video als euer Haupttool nutzen wollt, um Screenshots zu machen, dann würde ich euch empfehlen, erstmal alle anderen Tools zu deinstallieren. Denn diese anderen Tools, die versuchen immer die Tastenkombination für sich zu gewinnen. Also die Drucktaste zum Beispiel speist sich dann hier ein wenig. Wir schauen mal hier auf die Version. Ja, doch tatsächlich, hier hat sich die Versionsnummer geändert. Also das ist jetzt schon eine neuere Version. Kann auch an meiner Windows-Insider liegen. Wir probieren das auf jeden Fall jetzt hier mal aus. Um sicherzustellen, dass die Drucktaste funktioniert, gehe ich hier mal auf das Startmenü und suche nach Einstellungen. Ich öffne jetzt hier die Einstellungen-App. Und hier bin ich schon unter Barrierefreiheit und Tastatur. Also hier einfach auf Barrierefreiheit und dann irgendwie die Tastatur suchen. Die ist hier unten. Ich bin mir nicht sicher, was das jetzt mit Barrierefreiheit zu tun hat, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Und hier ist der Punkt Verwenden der Drucktaste zum Öffnen der Bildschirmaufnahme. Das muss angehakt sein erst mal. Dann gehe ich einmal in das Snipping-Tool. Hier rechts oben auf Einstellungen. Und jetzt einmal nach oben scrollen. So, Änderungen automatisch kopieren, eingeschaltet lassen. Screenshot automatisch speichern ist auch das, was ich ja beschrieben habe. Das möchte ich auch haben. Also auch eingeschaltet lassen. Zum Speichern geändert bearbeitete Screenshots auffordern. Ja, weiß ich noch nicht. Lass ich mal an. Mehrere Fenster kann er auch machen. Okay, und jedem Screenshot einen Rahmen hinzufügen. Nee, das brauche ich jetzt nicht wirklich. Kann man sogar direkt einstellen. Nee, brauche ich nicht. Ich kann hier auch noch Videos aufnehmen. Also das ist jetzt nicht Teil dieses Videos, aber würde auch noch gehen. So, und jetzt will ich zum Beispiel mal einen Screenshot machen. Und ich drücke jetzt mal auf meiner Tastatur die Drucktaste. Und dann passiert nämlich erstmal genau das, was ich will. Erstmal ist hier oben also ein Foto und kein Video ausgewählt. Und hier ist auch ausgewählt, dass ich ein Rechteck auswählen möchte. Ich kann das jetzt hier ändern. Das ist sehr komfortabel, aber ich bleibe eigentlich immer in diesem Rechteck-Modus. Jetzt ziehe ich mal hier meinen Screenshot. Und jetzt öffnet sich hier unten so ein kleines Pop-Up. Und der Screenshot wurde jetzt in die Zwischenablage gespeichert. Und ich kann jetzt da raufklicken. Und dann öffnet sich der Editor. Und das finde ich echt ein cooles Feature. Denn nicht jeden Screenshot, den ich ja mache, möchte ich auch editieren. Und wenn ich ihn doch editieren möchte, dann geht das mit einem einzelnen Klick auf dieses Pop-Up da unten. Also das finde ich eine elegante Lösung. So, jetzt habe ich hier einen rudimentären Editor. Also ich drücke Microsoft die Daumen, dass die den noch ein bisschen besser machen. Oder ich wünsche mir das. Ich drücke denen nicht die Daumen. Denn hier kann ich nur Freihand zeichnen. Ich hätte mir gewünscht, dass man zum Beispiel Rechtecke zeichnen kann oder auch Bereiche unkenntlich machen kann. So, fürs rudimentäre Nutzen reicht das. Ich kann jetzt hier zum Beispiel einfach Sachen markieren mit der Maus. Ich könnte jetzt hier meine Mailadresse zum Beispiel unkenntlich machen, mehr oder weniger schlecht. Was ziemlich gut ist auf der anderen Seite, ist diese Textaktion. Da wird einfach eine Texterkennung drüber über das Bild gemacht. Und ich kann jetzt Sachen hier rauskopieren. Manchmal gibt es ja auch Menschen, die schicken einen Screenshot mit einem Passwort drin oder einer Mailadresse drin. Und ich hasse sowas abzutippen. Also auch dafür kann man das benutzen. So, ich gehe da jetzt wieder raus aus dem Menü. Und jetzt kann ich das Ganze zum Beispiel speichern. Oder ich kann es halt in die Zwischenablage kopieren. Wenn ich hier klicke, dann ist es in die Zwischenablage kopiert. Mit Störung C geht das auch. Und dann kann ich es verschicken. Hier kann ich es auch ausschneiden und so. Also so rudimentäre Funktionen bietet das Ding schon. Ja, aber ist nicht wirklich irgendwie überzeugend, finde ich. Reicht mir aber trotzdem. Also für meinen Arbeitsantrag reicht mir das wahrscheinlich. Und wenn es mir nicht reicht, gibt es hier oben noch den Paint-Button. Dann öffnet sich die aktuelle Version von Paint. Die Änderungen übernimmt er da schon. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas ziehen will. Hier so ein Kreis zum Beispiel. Dann, äh so ein Kreis, ja genau. Gut aufgepasst in Mathe. Das ist natürlich ein Viereck oder ein Rechteck. Den kann ich hier ziehen. Kann ich hier noch die Farbe ändern. Ja, im Prinzip ist es das, was ich brauche. Zugegeben auch Paint ist jetzt nicht das Tool meiner Träume, um Screenshots zu editieren. Da ist sowohl der Editor bei Screenshot besser als auch der Editor von ShareX. Aber mein Gott, also ja, da dieses, also es reicht mir, Sachen unkenntlich machen zu können. Und es reicht mir halt auch, Dinge zu markieren, die wichtig sind. Also ich kann jetzt hier einfach auch Sachen rauslöschen zum Beispiel. Dann habe ich auch Informationen aus dem Screenshot entfernt. Oder wir ziehen mal irgendeine Form drüber. Hier kann ich zum Beispiel die Füllung einstellen. Und jetzt hätte ich hier zum Beispiel auch irgendwas löschen können, was ich jetzt nicht meinen Kollegen zeigen möchte oder so. Also meine Mailadresse wäre jetzt hier zensiert. Also wie gesagt, ist jetzt nicht das hundertprozentig eleganteste. Aber für meine Zwecke reicht das in der Regel aus. Ich habe die Auswahl, ob ich Paint benutze als Editor mit ein paar mehr Möglichkeiten. Und ich habe die Möglichkeit, halt den integrierten Editor zu benutzen. Und ich hoffe jetzt einfach, dass sich hier noch ein bisschen was tut, dass man Sachen besser unkenntlich machen kann. Und dass man auch Formen hier ziehen kann, wie Rechtecke, Vierecke und vielleicht auch mal einen Kreis. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob für euch das ein Argument ist, euer Greenshot, ShareX oder was auch immer ihr als Tool benutzt, um Screenshots zu machen. Ob euch das reicht, das zu entfernen und jetzt das hier zu nutzen. Oder ob ihr tatsächlich sagt, naja, die Funktionen, die jetzt mein Zusatztool bietet, die sind mir es wert, das installiert zu lassen. Und mich würde auch interessieren, welche Zusatzfunktionen das sind. Sowohl Greenshot als auch ShareX sind ja ziemlich mächtig. Und vielleicht gibt es da ja wirklich was, wo ihr sagt, das ist mir jetzt so wichtig, da brauche ich noch ein extra Tool für.